Kikugi ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze, existiert seit der vierten Spielgeneration und kann sich zu Kinoso entwickeln. Kikugi ist ein kleines, rosa gefärbtes und Kirschen ähnliches Pflanzen-Pokémon. Es besteht aus einer großen und einer kleinen Frucht, welche beide mit einem Gesicht ausgestattet sind. Die kleine Frucht hat einen Mund und zwei Augen, welche stets geschlossen sind. Die große Frucht besitzt ebenfalls einen Mund und zwei offene rote Augen und zusätzlich noch zwei kurze Beinchen sowie einen pinken Zierstreifen. Beide Früchte sind durch ein dunkelgrünes Blatt miteinander verwachsen und die shiny Version von Kikugi ist orangenfarben und das Blatt hat eine hellgrüne Färbung. Dabei nutzt es vor allem spezielle Attacken wie beispielsweise Absorber oder Diebeskuss, kann aber auch beispielsweise Tackle als physische oder Stachelspore als Statusattacke einsetzen. Seine Fähigkeit ist Chlorophyll und steigert die Initiative bei Sonnenschein. Kikugi zeichnet sich durch das kleinere rote Bällchen aus, welches voller Nährstoffe ist sowie besonders süß und lecker schmeckt. Je mehr es in Sonnlicht baden kann, desto roter und geschmacksvoller wird Kikugi. Diese Eigenschaft macht es zur beliebten Beute von Vogel-Pokémon wie Staralili, die es lieben, nach ihm zu picken. Deshalb ist es scheu und beständig auf der Flucht. Die Nährstoffe sammelt das Pokémon, um sich auf seine Entwicklung vorzubereiten. Wenn es einen welten Eindruck macht, ist dies deshalb nicht besorgniserregend, sondern spricht umgekehrt dafür, dass es genügend Energie gesammelt hat, um sich zu Kinoso weiterzuentwickeln. Dabei stellt Kikugi den ersten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und kann sich auf Level 25 zu Kinoso weiterentwickeln. In den Spielen wird die Entwicklung durch das Erreichen von Level 25 wieder ausgelöst und dann verliert das zweite Bällchen, bzw. Kikugi verliert das zweite Bällchen, wenn es zu Kinoso wird und sein Äußeres wird von einer lilafarbenen Blütenhülle umgeben. Deutlich größer wird es nicht, aber das Gewicht wird fast verdreifacht und es ist um einiges wendiger als Kikugi. Und mit seinem Typen Pflanze nimmt es halben Schrank gegen Boden, Wasser, Pflanzen und Elektroattacken, doppelten Schrank gegen Flug, Gift, Käfer, Feuer- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.